Das Buch, aus dem ich gleich vorlesen möchte, trägt den Titel »Von Elfenpfeifen und Hexenbier – Magie um unsere Genussmittel« ist herausgegeben von Sergius Golowin und erschienen im Nachtschattenverlag. Nochmal herzliches Dankeschön an den Nachtschattenverlag, denn ohne den Nachtschattenverlag wäre ich wohl nie in den Genuss dieser köstlichen Lektüre gekommen. Und als Dank sozusagen und als Werbung für das Buch und für diejenigen, die es interessiert, wollte ich einfach ein paar Passagen daraus vorlesen und mit ein paar Bildern untermalen. Zunächst also das Vorwort, auch von Sergius Golowin. Schon als Kind hörte ich den Volksglauben, wenn du unter der Himmelsbrücke Regenbogen durchwandern kannst, bist du wie zuvor in unserer Welt, aber von da an siehst du alles viel farbiger, viel schöner. Es gibt Zeiten, in denen uns scheint, ein solches Erlebnis wird für eine heranwachsende Generation zu der allgemeinen Freude, schöpferisch zu werden und überall Liebe, Kunst, Tanz, zeitlose Geschichten neu entstehen zu lassen. So etwas glaubten wir in den Hippie-Jahren von 1966 bis 1973 zu begegnen. Seltsam leuchteten auf den Straßen Farben auf, genau wie von allen Seiten lustvolle Musik ertönte. Sogar das langweilige Grau der Kleider, wie es in der europäischen und nordamerikanischen Gesellschaft vorherrschte, wurde von einer zunehmenden Buntheit verdrängt. Vorbild der Kultur wurde plötzlich die Kleidung der bisher der Ausrottung preisgegebenen Indianerstämme, der afghanischen und nepalesischen Bergnomaden, der Alpenhirten und der Roma in Europa. In klapprigen Autos oder sogar nur in Ledersandalen begann eine Pilgerreise zu den Orten, die man als Kraftplätze ansah und in deren Umkreis man den Ursprung aller zeitlosen Überlieferungen erwartete. Diese Plätze konnten in der Nähe oder auch in weiter Ferne liegen, in den Lavendelfeldern der Provence oder auf der Märcheninsel Bali. Hier nun eine kleine Auswahl von Geschichten aus mündlichen und in uralten Büchern gefundenen Berichten, die wir Studenten der Hippie-Zeit sammelten. Es sind Versuche, Überreste aus der Zeit der Völker zu finden, als das Gefühl lebendig war, auch Pflanzen, Tiere und Sterne seien unsere Geschwister. Alles um uns sei von geheimnisvollem Leben erfüllt, aus dem die Märchen von Elfen, Feen und Kobolden stets entstehen. Hinter dem Unrat der Verleumdungen und Lügen, die in den Jahrhunderten der Hexenverfolgung entstanden, schimmert aus den erhaltenen schriftlichen Quellen ein ursprüngliches Wissen über die uns umgebende Natur durch. Europäische Rauchkräuter von Sergius Gollowin Mein Vater erzählte mir als erster von den alten Zigeunerfrauen der Krim, die immer Pfeife rauchten. Er schilderte mir eigentlich die Zeit während des Ersten Weltkrieges und der russischen Revolutionszeit 1914 bis 1921 und behauptete, dass den Frauen gerade diese Beschäftigung etwas besonders Würdiges gab, zumindest für die Gläubigen und Anhänger ihrer geheimen Künste. Zitat Meinem Vater, genau wie auch meiner Großmutter, verdanke ich zusätzlich den Hinweis, dass auch die einheimischen russischen Hexen, Widmi oder Znachaki, gern rauchten. Wohl verstanden, ich rede hier nicht von irgendwelchen Märchengestalten, sondern von weisen Frauen, Kräuterweibern und allgemeinen Beraterinnen der Dörfler, die es in den noch immer stark in seiner mittelalterlichen Kultur verwurzelten Lande tatsächlich überall gab. Als ich in der Schweiz aufwuchs und mich hier ebenfalls von den Neigungen meiner die Geschichte und Volkskunde liebenden Vorfahren angeregt, mit den Resten der ursprünglichen Überlieferung zu beschäftigen begann, erkannte ich mit viel Staunen, überall lebten im Alpenraum, nur offensichtlich viel stärker überschichtet von den einheitlichen Zivilisationen des 18. bis 19. Jahrhunderts, ähnliche volkstümliche Eigenarten, teilweise den noch bis in die Gegenwart überlebenden Stammeskulturen von Osteuropa oder Nordasien wesensverwandt. Fußnote 1 Unzählige Alpen sagen in der Schweiz, in Bayern und so weiter, versichern, dass die Bevölkerung ganzer Landschaften von Einwanderern von Asien her stamme, vergleiche Golovin das Reich der Schamanen Basel 1981. Zu den entsprechenden, noch immer sehr lebendigen Überlieferungen auch Golovin, Hausbuch der Schweizer Sagen, Bayern 1981. Es ist kaum mehr möglich, diese Volksdichtungen allein auf die biblische Vorstellung der ursprünglichen und paradiesischen Urheimat des Menschengeschlechts im Morgenland zurückzuführen. Weiter im Text. Ein Waliser Schriftsteller erzählte mir zum Beispiel um 1948 von einer Kräuterfrau aus dem Lötschental, die fortlaufend an ihrer Pfeife sog. Dies war nach ihr der beste Weg festzustellen, welche Kräfte in den Pflanzen verborgen seien. Sie habe auch noch gewusst, dass dies ein ganz altes Verfahren sei, habe aber sicher mit viel Recht erklärt, für die heutigen sei dies gar nichts, sie verwechseln alles und würden sich nur vergiften. Ein stolzer Kalderaschzigeuner, also ein aus Osteuropa eingewandeter Angehöriger der Stammeszunft der Kesselflecker, besaß noch 1951 eine Pfeife aus Ton. Voll des naiven Stolzes versicherte er mir, seine Ahnen führten solche schon immer mit sich. Wenn andere Völker nun auch Pfeife rauchen, so hätten sie vergessen, dass sie diese uralte Erfindung nur den fahrenden Stämmen verdanken, die sie überall hingebracht hätten, genau wie die Schmiedekunst und die anderen großen Zigeunerkünste. B. Reber, 1848-1926, der Apotheker und Altertumsforscher in Genf, der besonders den einheimischen Pfeifen aus Vorgeschichte und Mittelalter nachging, beschäftigte sich im Übrigen auch mit dem einst verwendeten Tabak. Er ging dabei von den Forschungen seines wichtigsten Anregers aus, die bereits zwischen 1855 und 1867 veröffentlicht worden waren. Der Baron von Bonn-Stätten scheint einer der ersten gewesen zu sein, der ihnen, diesen vorgeschichtlichen Pfeifen, besondere Beachtung schenkte. Die ersten Funde, die für die ganze Diskussion eine besondere Bedeutung gewannen, erfolgten zwischen Avange, Aventicum und Murten, dann in Kaiser August und an anderen Städten, in denen man die Überreste der keltisch-römischen Kultur auszugraben vermochte. Reber konnte 1914 für die Schweiz bereits 93 der umstrittenen Pfeifen erhalten in den einheimischen Altertumsammlungen aufzählen und auch abbilden. Diese Funde aus gebrannter Erde, Bronze, Eisen sind heute in ganz Europa außerordentlich zahlreich geworden. Reber versuchte anschließend nachzuweisen, dass das Rauchen mit den entsprechenden, sozusagen ureinheimischen Geräten in Europa nie ganz aus der Mode kam. Er führt zwei Darstellungen, eine aus dem 11. und die andere aus dem 13. Jahrhundert an, die beide Menschen zu zeigen scheinen, die echte Pfeifen im Munde halten. Auch nach ihm und verschiedenen Forschern, die er in seinen Arbeiten anführt, wäre demnach das Rauchen mit der Pfeife bei den Europäern nicht etwa nach der Entdeckung von Amerika durch Kolumbus aufgekommen. Die ganze Neuerung hätte nur darin bestanden, dass der nun eingeführte Tabak sich nach und nach ausbreitete und die einheimischen Rauchkräuter verdrängte. Die Zigeuner sage, dass sie immer die Pfeife gekannt und besonders die weisen Weiber, die Drabarni, also eigentlich Kräuterfrauen, immer geraucht hätten. Er weist sich durch solche Hinweise als eine Möglichkeit, die für eine lebendige Volkskunde einen neuen Ausblick eröffnet. Ebenso die Tatsache, dass die Landleute, wenn sie in ihrer Erdscholle altertümliche Pfeifen auffinden, in England von Elfenpfeifen, bei uns etwa von den Pfeifen der Erdleutlein, schweizerisch Herdlütli oder Berglütli, reden. Die Erforschung des Volksglaubens und die Wissenschaft von den Ausgrabungen wirken hier zusammen, um ein besseres Bild der einstigen Volkskultur zu schenken. Wiederentdeckte Volksmedizin Der gleiche gelehrte Reber zeigt uns, warum wahrscheinlich das sachliche Gespräch über die einheimischen Kräuter, die einst anstelle des Tabaks für die Pfeifen und auf andere Arten verwendet wurden, immer wieder abbrach. Der bernische Archäologe, es geht wieder um die Arbeiten des Freiherrn von Bonnstetten, nimmt an, dass die Römer Hanf rauchten, wie es gewisse Völker heute tun. Die ganze Auseinandersetzung um diese Rauschdroge, die besonders im 20. Jahrhundert entbrennen sollte, wurde wahrscheinlich zur Ursache, dass man gelegentlich durch die Schriften der Bonnstetten und Reber abgeschreckt wurde, weil man befürchtete, sonst wegen ihnen den Haschischkult als in Europa schon seit jeher nachweisbar vorzufinden. Gerade Reber gehört aber auch der wichtige Hinweis, dass das Mittelalter ganz verschiedene Kräuter rauchte, und zwar aus einem offensichtlich sehr alten Wissen von deren verschiedenartigen Wirkungen heraus. So verdankte der bedeutende Altertumsforscher einem Herrn de Watteville, die anscheinend aus dem Jahr 1276 stammende Stelle im Werk eines katalanischen Dichters mit Namen Mosen Febrer. Zitat, Man sagt, dass der Lavendel die Fähigkeit besitzt, den Schlaf zu vertreiben, dem Mut zu geben, der ihn raucht, weil er aus dem Hirn die Feuchtigkeit nimmt. Entsprechendes Wissen erhielt sich, obwohl sich die perversen Hexenverfolgungen des 15. bis 18. Jahrhunderts gerade gegen dessen Träger wandten, bis in die Gegenwart. Mit modernen Mitteln muss man heute wieder all die gedruckten und handschriftlichen Aufzeichnungen der alten Naturgeheimnisse überprüfen, die bis in unsere Gegenwart unter den ländlichen Heilern und Kräuterweiblein umgingen. Dann liest man etwa, Man löst ein Lot reines Mürrenpulver in zwölf Lot Üsop-Wasser oder vielmehr in einem Absud von Üsop-Kraut auf und lässt darin ein Pfund geschnittenen Tabak 24 Stunden lang ganz durchweichen und wieder an der Luft trocken werden. Dann mischt man darunter ein Achtelpfund geschnittene Huflattichblätter. Selbst denjenigen, welche zum Husten sehr geneigt sind, wird das Rauchen dadurch erleichtern. Und dient zugleich als gutes Brustmittel. Tabak bedeutete dem Volk sehr häufig einfach alle Kräuter, die man noch lange ersatzweise zum Rauchen verwendete. In Tibet wird die Wurzel des wilden Rhabarbers als Beimengung verwendet. In England dienten Huflattich, Schafgarbe und Mose dem gleichen Zweck. Und Bilsenkraut und Huflattich sind manchmal als englischer Tabak bekannt. Und in einem humoristischen englischen Dialog aus dem Jahr 1599 wird noch eine andere Pflanze als Ersatz angesprochen. Haben Sie ein Pfeifchen guten Tabak da? fragt der Gast. Es ist keiner zu Hause, Sir. Dann trocknen Sie eben ein bisschen Sauerampfer. Was in solchen Zusammenstellungen meistens als Ersatz bezeichnet wird, ist möglicherweise vielfach das ursprüngliche, jenes Kraut, das getrocknet noch vor der Einführung des eigentlichen Tabaks aus Amerika als einheitliches Rauchkraut verwendet wurde. Wie uns etwa der erwähnte Beleg des mittelalterlichen Dichters über den Lavendel, ähnlich wie die ganze Volksmedizin der Zigeuner, beweist, rauchte man einst nicht nur zum Vergnügen. Man war überzeugt, dass die verschiedenen Kräuter gewisse beruhigende oder anregende, magische und heilende Wirkungen auslösten. Nachdem heute die Ideologie der Weltzivilisation, in der die Menschen aller Rassen und Religionen gleichgeschaltet zu leben haben, gleich essen, wohnen, sich vergnügen sollen, für die Jugend ihren Reiz verliert, muss auch hier das alte volkstümliche Wissen von den Kräften der Umwelt sorgfältig gesammelt und wieder erforscht werden. Außerordentlich zahlreich scheinen die Hinweise auf das sehr alte Benützen von Nachtschattengewächsen, deren Erforschung als des möglichen Stoffes für die Pfeifen des Altertums und des Mittelalters auch Reber erwähnt. Am ausführlichsten waren, was diese Hexenkräuter, vor allem Tollkirsche, Bilsenkraut, Stechapfel, Al-Raune angeht, im 19. Jahrhundert die Studien des Okkultisten Karl Kiesewetter. In diesem Buch ist ein wesentlicher Teil daraus abgedrückt, der uns dank der unglaublichen Belesenheit des Verfassers eine bedeutende Reihe von fast völlig vergessenen Quellen erschließt. Heute hat vor allem Dürr entsprechende Forschungen angestellt und vor einem unvorsichtigen Gebrauch dieser Pflanzen gewarnt. Sehr berechtigt, in einer Zeit, in der die große Überlieferung einer wohl Jahrtausende alten Erfahrung und damit des vorsichtigen Gebrauchs der Naturstoffe verloren ging. Überhaupt sollte man hier zusammenstellen, was bei uns nicht nur von den Zigeunern, sondern auch vom einfachen Volke in Krisenzeiten als sogenannter Tabakersatz geraucht wird. Lebendige Altertumskunde Es ist bezeichnend, dass die Neuentdeckung des eigenständigen Rauchens der Zigeuner und der anderen einheimischen Volksgruppen in Europa und Nordamerika offensichtlich mehrfach erfolgte. Es war ja offensichtlich immer allen jenen bekannt gewesen, die den Sinn für die Überlieferung auf allen Gebieten, sogar durch das 19. Jahrhundert mit seinem einseitigen Kult der technologisch- materialistischen Zivilisation, bewahrt hatten. Die geistige Revolution, ausgelöst von der Hippie-Bewegung, die seit 1966 eine bewusste Hinwendung zu einer vermehrten Naturliebe und zur erhöhten Wertschätzung der Volkskulturen bewirkt, ermöglichte aber, dass entsprechende Beobachtungen vermehrt veröffentlicht und in entsprechenden Kreisen beachtet wurden. In einer Schrift, die in der Hippie-Bewegung in Deutschland, Österreich und der Schweiz sehr viele Anregungen verbreiten sollte, schreibt die Verfasserin, die Zigeuner, Meisterwanderer und in allen Belangen des Lebens, in der Wildnis, wie Kräuterkunde, Wetter, Feuermachen usw. vorzüglich gebildet, sind überwiegend begeisterte Raucher, Frauen wie Männer. So lernen sie, eine Vielzahl von Blättern und Blüten in ihren traditionellen Pfeifen aus Ton, geschnitztem Holz oder ausgehüllten Maiskolben wie auch in handgerolltem Zigarettenpapier zu rauchen. Die Zigeuner verwendeten die meisten im Zusammenhang mit dem huflattig beschriebenen Kräuter und liebten außerdem alle Kleearten, alle Arten von Heidekraut, besonders die honiggetränkte Besenheide, Gaspeldornblüten, Ackerringelblume und Primelblüten, Blüten und Blätter der Nessel, Thymian, die ganze Pflanze, die Blätter der Brombeere sowie Stechginster und Heidelbeerblätter. Robert Burns, vielgeliebter schottischer Dichter und Freund der Zigeuner, hatte seine eigene Rauchmischung, die er mit Sicherheit von den Roma, die Selbstbezeichnung der Zigeunerstämme, gelernt hatte. Es war eine Mischung aus Moorgewächsen, Heidekraut, Stechginsterblüten und Heilziehst. Es ist bezeichnend, dass überhaupt die ganze Neuentdeckung und Wiederbeschäftigung mit den verschiedenartigen Wirkungen der Kräuter, die man lange genug als magischen Aberglauben verlacht hatte, in den letzten Jahren von den einheimischen Nomadenstämmen angeregt wurde. Auch was mich angeht, kann ich nur bestätigen, die Texte in den alten Büchern, wie wir sie hier unseren Lesern vorlegen, mögen noch so anregend sein. Vielmehr werden wir vom überlieferten Wissen beeinflusst, wenn wir darauf hingewiesen werden, dass es irgendwo noch lebt, den wichtigen Bestandteil eines noch erhaltenen Stils der Wirklichkeit, des Daseins von Stämmen oder Sippen, darstellt. Die Magie aus der Küche der Waldfrau von Sergius Gollowin Feenmutter Seretven Die Frau, die in oder vor der Höhle für ihren jagenden, trotz aller Raubtiere, Waldpflanzen sammelnden Mann kochte, sie wurde zur großen Ahne aller Alchemisten und Magier. Dunkel weiß noch die schwedische Überlieferung, dass die alten vorgeschichtlichen Zauberinnen mit ihrer Kräutermischung eine weiße Schlange kochten, um Zaubertränke und tiefe Weisheit zur Erkenntnis der geheimen Naturkräfte zu erlangen. In einer deutschen Sage kommt ein Hirtenknabe in die Hütte einer klugen Frau und sieht dort einen mächtigen Kessel kochen. Er tunkt ein wenig mit dem Brot hinein und genießt etwas vom magischen Fett. Als die Alte wieder heimkam, bemerkte sie sogleich was vorgefallen, da sie aber wusste, dass, wenn auch der Knabe nunmehr weiser als andere Menschen geworden war, er ihr weder Schaden zufügen werde, noch könne. So ließ sie ihn ungehindert fortgehen und gab ihm, sogar ihn eine Strecke geleitend, um ihm den Weg zu zeigen, Anleitung, wie er die Wundergabe, in deren Besitz er sich jetzt befand, anzuwenden habe. Dieser Genuss vom Gebräu im Zauberkessel öffnet, nach Sage und Volksglauben, dem mutigen Menschen das innere Gesicht. Man lernte alle Kräfte der Kräuter, Erd- und Steinarten kennen und lernte die Kunst, Wunden und Krankheiten zu heilen. Mit einem Worte man ward jetzt klug. Viele Ausdrücke für Zauberer und Zauberfrau bedeuten aus diesem Grunde nichts anderes als Kenner, so Russisch Znachar, Vedun und Hexe ist gleich Vedma, Istnisch Tuusia und Finnisch Tietteja. Nichts anderes als Kenner, Wissender, bedeutet merkwürdigerweise auch der von Zeitungen oft totgebrauchte moderne Sammelbegriff Hippie. Am ausführlichsten behandelt diese urzeitliche Bewusstseinserweiterung durch das Kochen in den Dämpfen des Urherdes der keltische Mythos von der Hexengöttin Ceridwen. Sie beschäftigte sich, heißt es wörtlich in der Wiedergabe der Sagen, täglich mit Pflanzenforschung und sammelte Kräuter aller Arten, die irgend seltene Kräfte besaßen. Ein Jahr lang ließ sie ihre Wundertrogen in ihrem Kessel brodeln, dann verwandelte sich das ganze Gemisch in unheilvolles Gift, bis auf drei köstliche Tropfen. Diese drei Tropfen leckte nun der am Kessel wachende Zaubergehilfe ab und wird damit selber zum Träger der mächtigsten Kräfte. Er und die ihn nun verfolgende Ceridwen eilen durch zahlreiche magische Verwandlungen. Am Ende wird der Märchenheld als ein Gerstenkorn von der Hexe geschluckt, nach neun Monaten wiedergeboren und er steht nun am 1. Mai, also dem alten Fest der warmen Jahreszeit und im Mittelalter Hauptversammlungstag der Hexen, zum Talisin, der Strahlenstirne, zum Mann, der alles weiß, was gewesen ist und sein wird. Es ist schwer, hier nicht eine Prüfung vorgeschichtlicher Druidenbünde zu erkennen, bei der jeder Eingeweihte in für ihn bedeutungsvolle Träume, endlose Reihen mythischer Bilder versank und aus denen er dann als Wissender um alle heilsame und für den Außenstehenden gefährliche Kräuterweisheit seines Stammes auferstand. Ursage und neuere mythische Dichtung verschmelzen, möglicherweise durch die übereinstimmenden Erlebnisse ihrer Dichter oder von deren Anregern zu einer erstaunlichen Einheit. Man fühlt sich, von dem keltischen Ceridwen-Märchen, an die faustische Hexenküche erinnert. Der Kessel siedelt über dem Feuer, Mephistopheles verlangt einen Becher voll für seinen Freund. Die Geschichte Talisins und der keltischen, seine Abenteuer bei ihren Einweihungen wiederholenden Druiden, decken sich Wort für Wort mit den Erlebnissen neuerer Drogenforscher. Der von der zaristischen Verwaltung nach Sibirien verbannte General Kopetsch schilderte seine Schau nach dem Genuss eines ihm von den Eingeborenen angebotenen Fliegenpilzes. Zitat Rauchende Götter Noch in unserer Zeit gehört die Pfeife, damit also das Rauchen, zum wichtigsten Handwerkszeug des indianischen Schamanen, des Medizinmannes. Es ist nun einmal eine Tatsache, dass die Rauchpfeife auch in unseren, sicherlich häufig genug missverstandenen und darum entsprechend wiedergegebenen Sagen, eine wichtige Rolle in den Händen von allerlei Zaubervolk spielt. Haus- und Feldgeister rauchen wie die Menschen und mitunter besteht die Begegnung zwischen irdischen und überirdischem Wesen darin, dass man sich zur Erlangung des Rauchgenusses gegenseitig mit Tabak und Zundfeuer aushilft. Der Teufel selber, der nächtliche Meister der Zauberer und Hexen, raucht Tabak, sowie ganz besonders die kräuterkundigen Erdleutlein, die unterirdischen. Bei den zu diesem Geschlechte gehörenden niederländischen Kaputterchen war dieses Rauchen nach alten Geschichten ein feierlicher Brauch, der uns ganz und gar an entsprechende Gammler- und Hippie-Gewohnheiten erinnert. Eins hielt das kurze Pfeifchen fest, ein zweites zog am dicken Stiel und ein drittes hielt das Feuer daran. Wenn in der Schweiz über verschiedenen Bergen Feine Wölklein schweben, dann deutet das Volk diese Erscheinung als das Rauchen des Berggeists. Genau wie beim Dampfen von Gebirge und Wald und beim Aufsteigen der Nebel vom Kaffeekochen, Backen und Brauen der Erdleutlein, Holzweiblein, Hexen und dergleichen geredet wird. Tabakpfeifen, der Feen, kennt der englische Volksglaube. Und im Osten Europas heißt eine seltsame Gestalt der litauischen Vorstellung geradezu nach der Tabakpfeife Pübka. Sie ist nicht nur eine Waldzauberin, sondern nach den im 19. Jahrhundert gesammelten Berichten etwas wie eine damals noch gefürchtete Göttin des Rauchens. Unaufhörlich lasse sie ihre Pfeife qualmen. Hat sie keinen Tabak, so raucht sie Stroh oder Gras. Wir sehen also schon, der Stoff, den sie zu verwenden pflegte, war eigentlich ein Geheimnis. Manchmal traf man sie um Mitternacht im Walde, verwechselte sie mit einem sterblichen Weibe, konnte dadurch ihre Prüfung schlecht bestehen und infolge davon in üble Schwierigkeiten geraten. Wenn ihr jemand gar zu sagen pflege, er rauchte nicht gern, dann vermochte sie sich geradezu furchtbar zu rächen. Gegenüber treuen Verehrern ihrer Kunst erwies sie sich entsprechend großzügig und gab ihnen zum Lohn Stroh. Doch während sich in unseren Märchen die gleiche Gabe der Wald- und Bergmächte der Feen von Frau Holle in Gold verwandelt – Gold erschien nun mal den europäischen Völkern der letzten Jahrhunderte als der einzige erstrebenswerte Besitz – scheint uns das Geschenk der Pübka viel wirklichkeitsnäher. Ihr Stroh in Anführungszeichen erweist sich in den Händen des glücklichen neuen Besitzers als die beste beglückendste der Rauchwaren. Statt nun dem Rätsel nachzugehen um was für ein Kraut es sich bei diesem Tabak der Waldfrauen gehandelt haben mag zogen die Mythologen des 19. Jahrhunderts es vor die volkstümlichen Berichte von jeder Spur des echten lebendigen Erlebnisses zu säubern. Die Pübka der Litauer sei ganz ähnlich wie die verwandte Fika der Wänden einfach eine alte Personifikation des dampfenden Nebels auf Feld und Wiese in Wald und Weiher. Der Tabak im Märchen Der Zusammenhang eines alten Rauchens mit der Vorstellung der Riesen Elfen Feen und Erdmännchen der dem Volke bis in die Gegenwart hinein bewusst blieb ist auch in den eigentlichen Märchen leicht nachzuweisen. Neben Flaschen Gläsern und Lampen in die etwa der mächtige Geist gebannt ist erscheinen gelegentlich auch Tabakdosen Der Geist in der Flasche der dem Zauberer jedes irdische Glück verschafft wird häufig genug als ein Galgenmännlein an Allraun geschildert. Obwohl alle diese Geschichten lange genug von Menschen ohne Ahnung vom Zusammenhang weitererzählt und niedergeschrieben wurden scheint uns hier schon die Austauschbarkeit der Tabakdose und des Glases mit der Mandragora Wurzel zu beweisen um was es sich hier bei den von den Geistern gebrachten Glück gehandelt haben muss. Im Märchen der Brüder Grimm welches man unter dem Namen das blaue Licht kennt erscheint jedes Mal wenn sich der Held seine Pfeife anzündet das geheimnisvolle Zauberwesen das ihm dann auf die gerade notwendige Art Hilfe verschafft. Wir dürfen wohl kaum zweifeln dass wir auch in dieser Geschichte zu der es selbstverständlich wiederum zahllose Fassungen gibt eine Erinnerung an die urtümlichen Pfeifen der Elfen oder Erdleutlein besitzen. Es wurde dabei schon oft bemerkt Eigentümlich ist dass das schwarze Männlein erst erscheint wenn der Soldat der Held des Märchens seine Tabakspfeife angezündet hat doch ist diese wohl kaum wie W. Grimm meint aus einer Flötenpfeife entstanden welcher die Erdmänner gehorchen sondern das Wesentliche ist das Anzünden des Lichtes oder Feuerzeugs doch eben die Liebe der Erdgeister zu Musik und Lichtkult hin oder her das sonst unsichtbare Wesen aus der Unterwelt erscheint eben doch wie auch hier ausdrücklich hervorgehoben wird nicht im Augenblick wenn das Licht aufflammt sondern erst wenn die Rauchware in der Pfeife angezündet ist Man kann damit ohne weiteres annehmen dass für die ursprünglichen Schöpfer der Volksmärchen hier viel weniger mystische Gedankengänge vorlagen als für die großen Sammler und geistreichen Deuter im 19. Jahrhundert genau gleich den wunderbaren Wirkungen der Flaschengeister oder der durch die brennende Pfeife beschworenen Mächte schildern uns ja auch die Werke vergangener Jahrhunderte die sozusagen naturwissenschaftlichen Möglichkeiten des Augenverblendens Zitat und das kann durch natürliche Künste durch Rauchwerk und andere Mittel ein Dunst gemacht werden dass einer schwüre alle die so bei einer Tafel sitzen seien tote Leichname oder sitzen da ohne Häupter oder tragen Eselsköpfe oder es erstrecke sich eine lange Weinrebe durch ein ganzes Gemach da doch alles dieses ein eitler Wahn sei alles was uns Märchen und Sagen an Fantastischem bieten waren für die Menschen der Vergangenheit nicht nur zur Belustigung oder als Erinnerung an archaische Mythen weitergegebene Geschichten es waren allgemein glaubhafte Berichte über eine Bilderwelt die durch Rauchwerk und andere Mittel jederzeit zu einer gebieterischen Wirklichkeit zu werden vermochte Die Pfeifenfabrik der Elfen In Shakespeare's Romeo und Julia wird von der Frau Mab geschwärmt die dem träumenden Menschen die Feenwelt eröffnet sie befährt das Hirn Wenn sie auf den Schlafenden einwirke dann erlebe jener in bunten Gesichten die Bilderwelt seiner Vorstellungen Die Verliebten sehen dann die Erfüllung ihrer leidenschaftlichen Wünsche und und der Pfarrer eine noch fettere Pfründe Zitat Bald fährt sie über des Soldaten Nacken der träumt sofort von Niedersäbeln träumt vom breschen hinterhalten Damascenern von manchen klaftertiefen Ehrentrunk Zitat Ende Auf einen ganz anderen Weg brachte dann die gleiche Gestalt den englischen Dichter Shelley in seinem nach ihr benannten Werk Queen Map Vor seinen inneren Augen erschienen dank ihr die Taten der Vorzeit und der Zukunft Er erlebt jeden Sinn für die Zeit verlierend die ganze Entwicklung der Menschheit und ihrer Gesellschaft durch Jahrtausende ihre Stellung im Weltall und gegenüber dem Göttlichen Die Übereinstimmung dieser kosmischen Traumfahrt des Romantikers mit den heutigen Trips Seelenreisen der Gurus der Psychedelischen Bewusstseins Erweiterung ist vorsichtig ausgedrückt auffallend auch wenn man nicht wüsste wie sehr der Kreis um Shelley und Byron dazu neigte Anregungen aus magischen Überlieferungen des mittelalterlichen Europa wie des wiederentdeckten Orients zu übernehmen Wir verwundern uns nicht mehr wenn wir beim Versuch uns über die im englischen Volke nachlebende Vorstellung über diese Feenkönigin zu unterrichten auf folgende Notiz stoßen Zitat Rauchware vor Kolumbus Solche Nachrichten also etwa vom Pfeifenrauchen oder gar von Pfeifenfabriken der Götter und ihrer Diener galten lange genug als nebensächliche Spätentwicklungen nachträgliche Missverständnisse von alten Vorstellungen Schließlich war ein allgemein angenommener Glaubenssatz dass die Pfeife sich höchstens nach der Einführung des Tabaks im 16. Jahrhundert über Europa verbreitet haben konnte Nichts steht aber so sehr mit der Wahrheit in Widerspruch als dies meinte ein damals entsprechend verlachter Ketzer Zitat In Schottland redet man von diesem seltsamen Pfeifchen als von Fairy Pipes also Fehen Pfeifen Das Volk schreibt sie den Geistern Kobolden und anderen Gebilden der Heidenzeit zu Während man sie in einigen Gegenden von Irland aus Abscheu zerbricht hält man sie in anderen hoch und nimmt sie in Gebrauch Es soll nicht verhehlt werden dass die Anhänger des vorgeschichtlichen Alters dieser Funde es ihren Gegnern nur zu leicht machten indem sie auch die Einführung des Tabaks aus dem Amerika des 16. Jahrhunderts bestritten und an die ureuropäische Herkunft dieser Pflanze zu glauben begannen Also hat sich die amtliche Forschung lange gesträubt das Alter der schon seit 70 Jahren gefundenen Pfeifen anzuerkennen Inzwischen aber hat sich die Zahl von Rauchpfeifen aus römischen Fundstellen derart gehäuft dass ihre Benutzung in den römischen Provinzen in der Kaiserzeit sich kaum mehr abweisen lässt Gewisse Stücke weisen auf noch viel ältere Zeiten so eine bronzene Pfeife von La Ten die Darstellung eines Pfeifenrauchers auf einer keltischen Münze Es blieb nichts anderes übrig als endlich anzunehmen dass hier ein Jahrtausend und länger vor dem amerikanischen Tabak geraucht wurde und man vermutete dass besonders Hanfsamen dazu dienten In seinen Limburger schon Welters über die auch in diesem Gebiet vom Volke im Erdboden gefundenen Feen Papers die ist den Bräuchen der Reuzen Alven Feen und Ardmann Nettes also den Riesen Elfen Feen und Erdmännchen zuordnete Ihr Ursprung wird den Rauchopfern der Heiden zugeschrieben wobei sie gebraucht wurden um sich zu betäuben und in den Zustand des Entzückens zu versetzen Die Tatsache wie sehr eine gegen den alten Feen und Elfenglauben erzogene Bevölkerung noch im 19. Jahrhundert diese Pfeifen voll Abscheu zu zerstören suchte zeigt uns dass damals die Märchenwelt nicht als eine überwundene Vergangenheit sondern nur als eine zurückgedrängte Lebensmacht galt die mit ihren prägenden Bildern sogleich wieder nach den Menschen greifen könnte wenn man ihre Bräuche wieder aufnehmen würde Lügen aus dem Meerschaumtopf Der weitgereiste Baron Münchhausen soll im 18. Jahrhundert als ehrlicher und sachlicher Edelmann bekannt gewesen und doch immer wieder der offenbar ihm selbst alles andere als erfreulichen Schwäche verfallen sein alte Sagen und Schwenke wie selbsterlebte Tatsachen Romane zu berichten H.A. Richard sah ihn 1767 beim Erzählen und bezeugt uns dass er tödlich beleidigt war wenn man seine Worte bezweifelte Mochte er alles andere als dafür gewesen sein dass fremde Menschen seine Geschichten zu drucken anfingen und er so in einer verständnislosen Zeit den Ruf eines gewaltigen Lügners erhielt während er seinen staunenden Mitzechern über seine Türkenkriege oder Heldenjagden berichtete glaubte er an seine eigenen Märchen wie an ein Evangelium fast nur in dem vertrautesten Kreise weiß ein anderer Zeuge aus seiner Zeit habe er sich dazu bringen lassen in seinen Geschichten zu schwelgen nachdem sein kolossaler Meerschaumkopf mit kurzem Rohr in Rauch gesetzt war und dann die Wolken aus seiner Pfeife immer dicker empor werbelten dann habe vor den Augen aller Anwesenden mit dem sonst so einsamen und ganz standesgemäß langweiligen Manne eine Verwandlung stattgefunden das Gesicht wird lebhafter und röter und der sonst wahrhafte Mann wusste dann bei seiner lebhaften Imagination alles so vorbildlich vorzumachen es ist aus diesen Schilderungen kaum zu bezweifeln dass der während seiner Traumreisen glückliche Mann im Augenblick des Erzählens alle seine Taten tatsächlich sah und erlebte wir verstehen auch dass für die Umwelt seine entfesselte Imagination Einbildungskraft mit seinen Rauchgewohnheiten zusammenhängen musste hatte er etwa auf echten leiblich ausgeführten russischen oder türkischen Reisen wirklich einen Tabak gefunden der so wenig ein Tabak in unserem Sinne war wie der den die so eben erwähnten Feen Zauberer und Märchenhelden in ihren Pfeifen verbrannten wie alle Nachzügler und Vorläufer von Kulturen mag er es wirklich schwer gehabt haben in gewissen früheren oder auch späteren Tafelrunden wäre er kaum beim Erzählen als Lügner unterbrochen worden und auch seine Freunde hätten kaum seine Wahrhaftigkeit verteidigen müssen Die durch eingeprügelte Ehrbegriffe für den Dienst an ihren Herrschern und an ihren eigenen Stande gleichgeschaltete Kaste der Offiziere und Grundbesitzer stand aber ratlos vor seinen gelegentlichen abendlichen Ausbrüchen aus ihrem gewaltsam so vereinfachten Vorstellungskreis Was rauchten die Romantiker? Ist die Rolle, die dann das Rauchen am Anfang des 19. Jahrhunderts wieder bei den Künstlern bekommt überhaupt durch die Wirkungen unseres gewöhnlichen Tabaks zu erklären? Der Romantiker und Revolutionär Friedrich von Salett schrieb ein merkwürdiges kleines Theaterstück genannt Die Welt außer Rang und Banden aus dem Jahr 1832 Der Held des Stückes sieht aus dem Rauch seiner Tabakpfeife einen Magier erscheinen und für kurze Zeit erlebt er eine Traumwelt in der niemand heuchelt und alle sich so aufhören wie sie es in Wirklichkeit tun möchten Später entstanden seine Kontraste und Paradoxen 1838 wiederum beherrscht von der Gestalt eines sich mit dem Alltag auseinandersetzenden Magiers des Onkels Holofernes Auch Auch er hext mit seiner langen Pfeife und seinem echt türkischen Tabak den er samt dem Rauchapparat in einem Kramladen in Konstantinopel gekauft hat Wenn sein Stoff den er im Übrigen Opferweihrauch nennt brennt dann entsteht nach seinen Worten ein schöner Hexentanz Sie die Wolken aus der türkischen Pfeife wölkten balten jagten zogen und bogen streckten und reckten zerrten und kräuselten sich wogten und schwebten stiegen und gaukelten ein fantastisches Wechselspiel von halbkenntlichen flüchtig angedeuteten rasch zerfließenden Formen und Gestalten eine stille wilde Jagd von lieblichen seltsamen kleinen Spukgeschichten Seine Pfeife ist übrigens geradezu der Mittelpunkt seines magischen Kultes das Hauptgerät einer Werkstätte für Seelenalchemie Seine Stube war voll von Büchern Instrumenten und Gemälden rings um die Wand zog sich eine eigene Zierde es war dies nämlich eine Reihe fest zusammengefügter echter Weichselrohre in die seltsame Figuren gezogen bald Sterne bald Rad bald Sonnenblume diese Röhre das Zimmer mit Wohlgeruch füllend endete an der einen Wand in einem großen ganz schwarzbraun angerauchten Meerschaumkopfe in Gestalt eines Totenschädels in dem echt türkischer Tabak dampfte an der entgegensetzten Wand saß Holofernes und von dem letzten Weichselrohre ging von unten auf ein langer geschmeidiger Schlauch in einer schönen Bernsteinspritze endend zu seinem Munde Im Rauch ihrer Pfeifen schrieb auch Elefas Levi von den Menschen um die deutschen Illuminaten diese Geheimclubs die im 18. Jahrhundert gesellschaftliche Umwandlung und eine neue Blüte der Philosophie und Kunst vorzubereiten suchten sie sahen tausend unsagbare Dinge die sie in die Wunder des Jenseits einweiten Im gleichen Abschnitt erwähnt er übrigens dass diese Erleuchteten für ihre Phantasmagorien besondere Räume besaßen in denen der magische Kochofen oder der Altar für Wohlgerüche eine Hauptrolle spielte Der von Levi an der gleichen Stelle erwähnte in jenen Kreisen sehr bekannte Karl von Eckertshausen schilderte sogar in seinen Aufschlüssen zur Magie recht ausführlich wie ihn ein magiekundiger Reisender sehr genau lehrte selbst Erscheinungen mit Rauchwerk zu machen Wiederum vernehmen wir von ziemlich genau der gleichen gefährlichen Drogenzusammensetzung wie im 16. Jahrhundert zum Beispiel beim Magier Agrippa von Nettesheim also von Bilsenkraut Mantragora und schwarzen Mohnsamen Tabak aus Bilsenkraut vertrieben im 18. Jahrhundert sogar gewissenlose Fabrikanten Kann man sich verwundern dass von Menschen jener Zeit die Anstöße für eine fantastische Kunst für das Sammeln von Märchen und Sagen ausgehen konnten deren bunte Bilderwelt war ihnen in ihren verwegenen psychedelischen Sitzungen zu einem wiederentdeckten Erlebnis zu einer neuen Dimension ihres ganzen Daseins geworden Daseins 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 Daseins